Ich bin hier im Steinbruch und hier haben wir ordentlich zu tun. Das ist ein harter Brocken, den er uns da... Von wo? Was willst du hier? Dich hauen. Ich zerreiß dich! Ah, ah Mann! Hör doch mal auf damit! Oh, weg! Ah, weg, hab ich gesagt. Oh, nein! Feuer an! Oh, schnell, schnell, schnell! Geh doch hoch! Mann! Hier oben müssen wir... Ja, hau mal die Leiter. Hau die Leiter, die hat's verdient. Blöde Leiter, ne? Blöde Leiter. Ja! Oh, nein! 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 Weg! 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 So, der ist hinüber und ich bin drei Kilometer weg vom Stuhl und vom Mikro. Äh, hier sind ja gar keine mehr. Da oben waren noch welche, ne? Waren da oben noch welche? War hier oben nicht noch was? Ne, hier oben waren... Da war... Da ist noch was. Weißt du, wenn ich schon mal hier oben bin, ne? Das geht ja erst, wenn wir wirklich alle erlöst haben. vom IMM-NPC-Dasein, was ja nicht so schön ist, glaub ich. Marmorstein und Eisen bricht. Nur meine Mama nicht. Ah, es hat gereicht. Der ist auch gleich gelootet. Alt! So. Haben wir hier oben noch irgendwas Wichtiges? Äh, Leute. Da ist ja nichts zu suchen. Da, mit dir hab ich gar nicht gerechnet. Tut mir leid. Nein! Das ist der Weihnachtsmann. Oh, das ist schön, dass ihr hier wart. Danke, Leute. Hä? Na gut. Was ist denn... Wer war das denn? Ich will das Fell. Wer tut die Pferde. Und warum ist das da... Warum, was ist das da unten? Das muss ich mir jetzt mal angucken. Karte. Was ist das? Ich hatte die doch meiner Meinung nach ausgewählt, ne? Stillstand. Stillstand. Aber ich will erst hier alles haben. Ich will, ich will, ich will, ich will. Jetzt gehen wir mal runter. Ich glaub, die Soldatenreihen haben wir... Hab ich schon ein wenig ausgedünnt. Gut. War ich nicht. Ist hier oben noch irgendwas auf der Höhe? Nein. Was haben wir denn alle schon? Gefangene, das Rätsel und zwei Schätze müssen noch sein. Das ist der, den wir brauchen. Scheiße, 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 scheiße. Also, den lassen wir mal hier noch reden. Glaub ich. Den hab ich jetzt befreit. Oh, kacke. Vier von fünf. So. Dann haben wir da oben noch eine Antike Tafel. Das könnte sein, dass das der Mann ist, den wir befreien sollen, ne? Ich hab doch keine Geduld. Mach doch nicht sowas mit mir. Das Rätsel. Suchst du die beste Aussicht auf die Akropolis? Einige glauben, man findet sie im Tempel des Hephaistos. Aber wenn du von dort nach Süden gehst, findest du mich auf einem Altar mit Opfergaben zwischen zwei Säulen, die das Bild perfekt einrahmen. Ja, vielleicht zum Ende. Es lohnt sich eigentlich auch nicht wirklich, äh, bei dem anderen hatte man ja richtig Schätze. Oder hängt der Typ da? Den wir suchen. Kann natürlich auch sein. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Mir fehlt noch ein Schatz. Da. Ne, ein Schatz fehlt mir noch. Dann haben wir alles. Das, oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Ich wollte nicht schubsen. Ich wollte bloß, wo ist denn der jetzt? Oh. Du hattest da noch was. Wo ist denn der jetzt hin? Mein Schatz? Nein. Da unten. Nein, die Jauche. Ja. Na, hier ist doch kein Hai. Hier können wir doch beruhigt runtertauchen. Komm. Und einmal nach oben. Dann haben wir das auch erledigt. Dann werden wir jetzt mal gucken nach dem Freund. Der da hängt. Anscheinend komme ich zu spät für Eremus. Cleons Boote war nicht der einzige Gefangene. Vielleicht kann ich denen auch helfen. Genau. Bei frei dem Schiffsführer. Oh, Entschuldigung. Das tut mir leid. Ich nehme das mal, ne? Oh, warte. Geht gleich los. Du warst als Schiffsführer. Oh, da war Metall bei, Alter. Ein Brocken. Oh, danke. Meine Beine. Du wirst mich tragen müssen. Hm. Ich sag dazu nix. Ich glaub, am Tor war noch einer. Gucken mal vorsichtig. Nein. Gut. Da müssten wir hier raus können. Trage den Gefangenen aus dem Steinbruch aus. Hab ich. Sprich mit dem Schiffsführer. Hab Dank. Ich muss zu meinem Schiff. Ich bezahle dich gut. Sag mir, wer du bist. Schiffsführer Onomakles. Ich bin auf einer Mission. Und ich muss hier dringend raus. Du hast ein Schiff? Ja. Ich kam an Land, um einen Verbündeten zu treffen. Er genießt die spartanische Gastfreundschaft am Ende eines Stricks. Eremus? Ich kam her, um ihn zu retten. Wir können die Mission beenden, wenn du mir hilfst. Spartanische Patrouillen könnten uns jederzeit finden. Du hast recht. Wir müssen zu meinem Schiff. Ich bring dich zu deinem Schiff. Zeig mir einfach nur die Richtung. An der Küste. Südlich des Strandes von Marathon. Warum ist dieses Schiff so wichtig? Es ist nicht das Schiff, sondern die Fracht. Was hat es denn geladen? Ich bin dir dankbar für deine Hilfe. Doch das sage ich dir lieber nicht. Wieso nicht? Glaub mir einfach. Was wir tun, dient der Sicherheit und der Zukunft von Athen. Die Mission muss Erfolg haben. Meine... So, wartet mal, wartet mal. Jetzt muss ich erst mal gucken, wo wir hin müssen. Da hinten. Hier geht eine Straße lang. Ja. Wie kommen wir denn da jetzt hin? Ich muss erst mal auf die Hauptstraße. Ich muss erst mal auf die Karte schauen. Ich müsste hier vorbeikommen. Was ist das da? Das ist nur noch ein neues Dings. Und da unten ist... Da müssen wir hin. Befreiungskampf. Komm schon. Ist nicht wohl dabei. Aber wir werden es schaffen. Irgendwie fühle ich mich von dem Weg. Nein, der ist total... Aha, total richtig. Trage vor allen Dingen. Das ist ein Kilometer weg. Seid ihr bescheuert? Oh. Das führt nur an dem Steinbruch vorbei, denke ich mal. Gut, alles klar. Hier dürfte uns ja nichts geschehen. Wir haben hier ja für Ruhe und Ordnung gesorgt. Warte mal kurz. Entschuldigung. Guck. Ich geb nicht anwärts. Ich brauche da. Ich... Die haben so knappe Ressourcen. In jeder Hinsicht. Ich erwarte jeden Moment Ärger. Ich gucke mal kurz, wo wir sind. Das ist falsch. Ich muss jetzt irgendwie versuchen, rüber zu kommen. Einen anderen Weg. Den wir auch nehmen können mit dem Pferd. Ah, das sieht schon interessanter aus. Wie müsste das Pferd auch lang können? Ja. Ella, das schaffst du. Höhle der vielen Löwen. Nein. 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 Da müssen wir hin. Ah, Scheiße. Ich versuche sie seilig zu gehen, aber das nehme ich mir. Und los. Na los. Und da liegt noch was. Wir melden mehr, als manche Söldner bei sich haben. Huch. Ich hänge einen Baum. So. Auf geht's. Wir haben's gleich geschafft. Erstaunlich. Äh. Krieg ich ihn jetzt hier runter? Aufheben. So. Deiner Mannschaft erging es ebenso wie dir. Ich werfe Heremus nicht vor, dass er uns verriet. Denen aus Sparta fehlt jedes Mitgefühl. Bleib hier. Ich töte die Spartaner, zerstöre ihre Schiffe und befreie deine Leute. Ist das unser Schiff? Aha. Ich wollte eigentlich mal eine Pause machen. Aber das geht jetzt nicht. Ich kann, glaube ich, dann sowieso nicht speichern. Dann muss ich da jetzt durch. Die haben gerade Ablenkung. Ah. Ich hätte gerne Rund. Ich würde mich hier nicht erwischen lassen. Hier sind die Spartanen. Hier sind die ganzen Gefangenen. Und da sind alle Spartaner. Ich brauche. Ich brauche. So. Die sind ja dann auch alle angenockt, hoffe ich. Ja, ich warne dich. Ich habe dich gewarnt. Und da. So. Meine Pfeile. Meine Pfeile. Pfeile, 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 Pfeile. So. Das ist sein Schiff. Da nehme ich mal an. So. Jetzt das. Jetzt durchschöre die Schiffe der Spartane. Ich mache jetzt keine Schnellreise. Ich schwimme da schnell hin. Dann geht es los. Ich tauche durch die Wellen. Dann können sie mich nicht prellen. Ist das mit Metall sogar verkleidet, ne? Was macht ihr eigentlich hier? Ich habe euch gar nicht hierher geordert, gehabt, gelagert. Hallo Freunde. Oh, Vorsicht. Willkommen zurück. Antwort nicht eine Nachricht für Sie. Sie kommt von den welischen Insten. Einer der Kultisten ist doch Alexios. Sein Name ist Odarkes. Du liest meine Nachrichten, Barnabas. Ich habe nur mal meinen. Hast du in Athen gefunden, wonach du besucht hast? Ein paar Spuren, aber das wird nicht einfach. Naja, es ist ein Anfang. Jetzt können wir nur den Weg vertrauen... Das ist ein dickes Ding. Ich bin nicht der Einzige, der nach meiner Mutter sucht. Wenn der Kult wollte Nikolaus tot, dann sind sie auch mir auf der Spur. Bringt euch in Angriffsposition. Wir müssen euch auf den Weisbegust vor uns. Feuer! Halt euch! Wer lag im Hafen? Ich habe den Göttern, dass wir noch blähen. Nein, 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 nein. Das reicht nicht. Die ist schon hinüber. Okay. Warte. So, äh... So. Da sehe ich... Da muss ich hin. Die Fracht. Was ist das für eine Fracht? Und was ist das für ein geiles Schiff? Das sieht ja schick aus. Das will ich haben. Was sollen wir mit noch mehr spüren? Wir werden nur im Weg sein. Du hast Athen einen großen Dienst erwiesen. Bei meiner Rücke werde ich das lobend erwähnen. Nun, du sagtest was von Bezahlung. Mehr als das. Du hast dir die Gunst einiger wichtiger Personen verdient, wenn sie erfahren, was du getan hast. Beziehungen schaden ja bekanntlich nur dem, der sie nicht hat. So wie es derzeit in der Welt läuft, brauchst du sie mehr denn je. Wie meinst du das? Ich habe genug gesagt und mein Schiff wartet. Vielen Dank, Söldner. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Gefällt mir trotzdem nicht. Diese wagen Andeutung. Hm, ich kann noch nichts machen. Du hast ja einen vergessen. Der ist doch ganz allein. Nur da haben wir das doch noch gut hingekriegt. Hätte ich gar nicht gedacht. Vielleicht kriegen wir auch gleich Besuch oder Probleme. So, Barnabas. Barnabas. 1000 Meter. Na gut. Der will nicht mit mir reden. Okay. Erhöht das Tempo. Ich will mal gucken, wo das ist. Wo wir jetzt hin müssen. Ah, guck mal, wer da ist. Brison. Ach, da. Hier ist aber nirgendwo ein Dock. Scheiße. Wir müssen jetzt hier wieder zurück. Nützt nirgendwo ein. Nützt nirgendwo ein. Nützt nirgendwo ein. Gehen wir mal auf. Mobs Geschwindigkeit. Das Wetter wird schlecht. Na, ich seh das ja schon. Und wenn richtig Sturm kommt, sind die Hütten weg da. Ja, das war doch mal ein gründer Abschluss, ne? Ich werde jetzt noch zum Hafen schwimmen, damit ich einen vernünftigen Speicherpunkt habe. Oh, 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 oh. Das ist kein Frachtgut. Das kennst du doch. Also wie gesagt, ich werde da jetzt zu dem Hafen schwimmen nach Athen. Und, oder segeln. Und dann in der nächsten Folge geht's dann weiter. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen.